Ich war tot. Sie meinen, Sie hatten eine Nahtoderfahrung? Näher geht's nicht mehr. Was haben Sie erlebt? Erst war alles wie ein Albtraum. Dann erinnere ich mich an ein Licht. Und schließlich bin ich vor meinen Schöpfer getreten. Wirklich? Ja, er heißt Hermes. Cooler Typ eigentlich. Zu dumm, dass er sich meinetwegen umbringen musste. Ähm, aha. Ich könnte von meiner Kindheit erzählen. Sehr gerne. Mein Ziehvater war Bürgermeister in unserem Dorf. Am Anfang hat er mich noch mit ins Rathaus genommen. Aber irgendwann bekam ich Hausverbot, weil ich versehentlich der Schrapnellküste den Krieg erklärt hatte. Danach war ich meistens allein zu Hause eingesperrt. Sie hatten keinen Schlüssel? Nein, ich war ja noch sehr jung. Aber als ich dann vier wurde, habe ich gelernt, wie ich die Handschellen mit dem Bügel aus Opas BH aufbekomme. Ähm, aha. Lassen Sie uns das Thema wechseln. Ist es Ihnen etwa unangenehm, all diese Dinge von sich offen zu legen? Aber nein, ganz im Gegenteil. Tja, das sollte es aber. Ich bin eigentlich nicht zum Quatschen hier. Sie erwarten Resultate. Das ist ganz normal. Wenn es Ihnen schwerfällt, über Ihre Probleme zu reden, können wir auch mit etwas anderem anfangen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Rorschach-Test? Rorschach? Ist das so ähnlich wie Hülsenhalmer? Es ist ein Assoziationsspiel mit Karten. Ein Kartenspiel? Sauber. Aber geben Sie sich keine Mühe. Bei Kartenspielen gewinne ich immer, weil ich bin der lässigste Typ überhaupt. Viel besser als beispielsweise mein Vater. Äh, okay. Dann lassen Sie uns doch einfach mal anfangen. Penis! Äh, ich meine, los geht's! Also, was erkennen Sie auf diesem Bild hier? Aha. Was soll denn das sehen? Elysium, wie es majestätisch über Deponia thront. Und das bereitet Ihnen keine Sorgen? Sie kennen doch die Gerüchte, dass die Elysianer den Auftrag gegeben haben, Deponia zu sprengen, oder? Ob ich die kenne? Ich habe sie in die Welt gesetzt. Ähm, aha. Vielleicht sollten wir mit dem nächsten Bild weitermachen. Was erkennen Sie hier rauf? Bezaubernde Funkelelfe. Eine bezaubernde Funkelelfe. Bitte was? Na, eine Funkelelfe, wie im Märchen. Ähm, aha. War das falsch? Dann würde ich nämlich gerne meinen Joker benutzen. Es geht hierbei nicht um richtig oder falsch. Es ist nur... Die meisten Leute erkennen etwas anderes auf diesem Bild. Die anderen sind ja auch Idioten. Die würden eine Funkelelfe nicht mal erkennen, wenn sie ihn in den Hintern stiege. Ähm, okay. Interessant. Gehen wir zum nächsten Bild. Was erkennen Sie hier rauf? Ähm, was haben wir denn da? Das bin ich, wie ich die Welt rette. Bitte bleiben Sie ernst. Hä? Wieso? Sie sind doch der mit der Juxbrille. So, das war's. Wenn Sie lieber herumalbern, anstatt mir ernsthafte Antworten zu geben, sind Sie an der falschen Adresse. Aber ich habe doch nur gesagt, was ich gesehen habe. In dem Fall sollten Sie erst recht gehen. Für Leute wie Sie gibt es hier keine Therapie. Sie sollten es vielleicht mit Exorzismus versuchen. Und bitte halten Sie sich so weit wie möglich von mir fern. Ich kann mich nicht auf das Schild über den Kopf hauen. Er hat schon einen Job. Leuten beim Rumiamann zuhören, das kann ich auch. Zum Beispiel, ähm, na, diesen großen Typen mit dem Bart. Wie heißt er noch? Ähm, Bozo. Ein ganzer Schrank. Also wenn ich Bozo damit nicht wieder aufgepäppelt kriege. Sergeant Bambini. Bambi. Bambina? Lotti? Was macht ihr denn hier? Und warum habt ihr euch als Männer verkleidet? Erstens sind das unsere Uniformen. Wir sind jetzt auf... Offiziere des Widerstands. Offiziere? Köstlich. Und zweitens heißt das jetzt Private, Lotti. Und Sergeant Bambi. Hm? Sergeant Bambi. Hörst du das, Lotti? Ich glaube... Ich glaube, Rufus macht sich über uns lustig, Sergeant. Offensichtlich ist er auf der Suche nach einem Satz neuer Zähne. Ladies, Ladies, immer mit der Ruhe. Wir wollen uns doch nicht aufregen. Das gibt Fältchen. Wo sind die echten Rebellen? Wie meinst du das? Die echten? Denkst du, das hier ist nur ein Traum oder was? Wenn ich dich pieksen soll. Ich hab hier ne Nadel. Mit der komm ich im Zweifelsfall bis auf die Knochen. Nein, nein. Ich meine doch die echten Rebellen. Janosch, Galef, Liebold. Die alte Truppe eben. Ach so. Die. Janosch ist, soweit ich weiß, auf einer Mission. Galef und Liebold sind im Lager. Gleich hinter dem Tor dort. Hm, da müssen die wohl erst mal reichen. Ihr seid jetzt also auch beim Widerstand. Was dagegen? Aber nicht doch, Sergeant Bambi. Was ist daran so lustig? Na ja, es ist lustig, weil ihr Frauen seid. Verschießt du? Ach herrje. Ich wusste ja, dass du ein Idiot bist. Aber ein sexistischer Idiot. Was? Na nein. Das hat doch nichts mit Sexismus zu tun. Manche Dinge passen einfach nicht. Frauen beim Widerstand. Das ist so, als würde man einem Wombat einen Sombrero aufsetzen. Hihi. Hoho, Sombrero. Siehst du? Da muss selbst Lotti schmunzeln. Und das liegt ja nicht daran, dass sie Vorurteile gegen Drexikaner hat, oder? Niemals. Oder gegen Wombats. Oh, ich liebe Wombats. Die sind, ähm, ähm, das sind nützliche Tiere. Exakt. Wie Frauen. Achtung. Leitender Offizier anwesend. Aha. Und wo? Hinter dir. Haha. Ich meinte natürlich mich, du pflanzlicher Kanonenfutterzusatz. Das wüsste ich aber. Wir nehmen unsere Befehle nur von unserer Squadleaderin entgegen. Egal, wer das schon wieder ist. Sie untersteht ebenfalls meinem Kommando. Ich bin nämlich der Anführer. Netter Versuch, Rufus. Aber wir kennen den General. Und du bist es nicht. Den was? Den General? Squadleaderinnen, Generäle. War ich denn wirklich so lange weg? Dann will ich mal nicht länger stören. Tu nicht so. Na gut. Ich habe nicht genug Zeit, euch länger zu stören. Besser. Oh Mann. Tor zum Rebellenlager. Gibst du ja geheime Klopfzeichen, oder was? Oh, eine Antenne. Die können wir uns später gleich mitnehmen. Ho, ho. Aufmachen. Ja? Liebold. So ein Glück. Ja, nun lass mich rein. Kennen wir uns? Bitte was? Ich bin's. Rufus. Rufus. Du wirst doch wohl deinen Anführer erkennen. Du siehst aus wie Rufus. Aber du kannst es nicht sein. Rufus ist mit Janosch zur oberen Aufstiegsstation vorgestoßen. Aber ich bin doch hier. Das ist deine Meinung. Ich habe jetzt keine Zeit für diese Spitzfindigkeiten. Wer hat hier die Verantwortung? Wir haben jetzt einen neuen Anführer. Gut, dann lass mich rein. Ich will mit ihm sprechen. Das geht nicht. Wer garantiert mir, dass du kein Spion des Organon bist? Das ist doch die Höhe. Ich habe diese Rebellion immerhin gestartet. Gibt es irgendwen, der das bezeugen kann? Du meinst außer dir? Genau. Irgendwer muss für dich bürgen. Das ist zwar Beamtenwillkür in ihrer schärfsten Form, aber kein Problem. Ich bin gleich zurück. Und du kannst dich schon mal auf ein paar Liegestütze vorbereiten. Oh Mann, ey. Beim Widerstand rausgeflogen geht es noch extremer. Ich glaube nicht. Nur mal zur Info. Gieß mal, breche ich sie absichtlich ab. Also ich meine natürlich, ich richte sie neu aus. Ein kleines Stück noch. Upsi. Gut, jetzt haben wir eine Antenne, einen Brief, einen Babyfone. Der Empfang ist okay. Aber mit hoher Sicherheit erwische ich über diese Frequenz nur idiotische Warmblutfunker. Hier spricht die Hochsicherheitsfrequenz der virologischen Gefahren, Gutbunker. Was kann ich für Sie tun? Äh, sorry, ich habe mich verwählt. Ich wollte Sie gar nicht kontaktieren. Und ich werde Sie nun weiterschuften lassen. Bitte was? Wir sollen alle Behälter öffnen und die Zombie-Viren in die Luft entlassen? Was? Nein. Over. Abbruch. Abbruch. Passwort verifiziert. Viren-Behälter geöffnet. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie... Aaaaaah! Ja, Ihnen auch einen schönen Tag. Naja, was soll's? Zombie-Apokalypse, naja. Kann ja mal passieren. So, das Rebellenlager. Therapeut, komm auch hier runter zu Barry. Barry, da ist jemand an der Tür. Ich hab's gehört. Schau ich ihn weg. Ich brauche Ruhe für die Cover-Story. Du weißt schon, über den Idioten, der uns alle beinahe getötet hätte. Ja, ich weiß. Psst, Rufus, komm rein. Aber bitte ganz leise, ja? Hey, Barry, warum so traurig? Ach, Rufus, es ist furchtbar. Alle sagen, dass du kein Held, sondern ein Idiot bist. Dass du uns den Weltuntergang eingebrockt hast, sagen sie. Ach, die sind doch nur neidisch. Ich bin total dufte, und das weißt du. Ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. Ich hab kein einziges Foto deiner Heldentaten schießen können. Du bist halt kein so guter Fotograf wie ich. Wenn ich doch nur ein Foto als Beweis für deine Selbstlosigkeit hätte. Ja, das wäre super für mich. Weißt du was? Ich mach dir einen Vorschlag. Ich suche ein Motiv für eine weitere Heldentat, und du bekommst dein Foto. Einverstanden? Ach, das wäre zu schön. Bin sofort wieder da. Fingerfokus? Er hat schon einen Job. Er ist mein Biograf. Habe ich ihm das überhaupt schon gesagt? Ha, egal. Er kann es ja nachlesen. Da ist ja nur ein einziger Buchstabe im Setzkasten. Das große Irk. Wird es denn gar nicht gebraucht? Nein. Wofür denn? Es gibt kaum ein Wort, in dem es vorkommt. Und über Satyr-Klauen haben wir bereits in unserem Winterspecial mythologische Körperextremitäten berichtet. Ich glaube, Toni hatte die Ausgabe. Warum eigentlich? In der Cover-Story ging es um Zentaurin und ihre... Ah ja, schon klar. Ich erinnere mich wieder. Aha. So, die Glocke können wir nicht mitnehmen. Er sieht grimmig aus. Besser, ich störe ihn nicht. Okay. Können wir nochmal Barry reden. Wir sollen ein Foto von unserer großartigen Tat machen. So, wir haben Druckerschwörter mit Papier. Wir haben das Wort... äh, den Bleisatz Irk. Ach hier, die Seitengasse. Zur Redaktion. Darf ich kurz stören? Häh? Ui, guck mal, Muck. Da ist Baby-Boso. Unsinn, Frau. Das ist nicht Baby-Boso, sondern ein verirrter Landstreicher. Ach ja? Und wie komm ich denn auf Baby-Boso? Weil du alt und sinnig bist. Äh, Verzeihung. Ich möchte ja ungern unterbrechen, aber... Ich bin kein Landstreicher. Siehst du, Muck. Ich sagte doch, das ist kein Landstreicher. Ja, der arme Timmy. Ja, der arme Timmy. Das ist nicht so, dass der Orgonon sich zurückgezogen hat. Das kannst du ihm auch selber sagen. Ich bin doch nicht ein Beppo. Wohnt ihr schon lange neben den Bosos? Was heißt denn hier trostlos? Es hat vielleicht hier und da ein paar Granatenschäden, aber es ist immer noch unser Zuhause. Nicht doch, Muck. Er meinte doch die Bosos. Na, dann ist er hier falsch. Die wohnen nebenan. Wisst ihr, was mit Bozo los ist? Ach, du bist ein Freund von Bozo? Unsinn, Frau. Bozo freundet sich doch nicht mit irgendwelchen Landstreichern an. Im Gegensatz zu dir hat er nämlich noch einen restlichen Funken Grips. Auch wenn er sich momentan nicht so benimmt. Er ist deprimiert, Muck. Natürlich ist er das. Er hat keinen Job, keine Freundin, die Welt geht unter. Er hat eine Freundin. Ihr Name ist Bambina und sie wohnt auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Wenn sie ihm auch so häufig widerspricht, verstehe ich langsam, warum er wieder zu Hause eingezogen ist. Oh Mann. Ich suche das Lager des Widerstands. Sag ihm, wir kaufen nichts. Der junge Mann sucht etwas, Muck. Und da fragt er ausgerechnet dich? Du verbummelst doch immer alles. Wenigstens hab ich noch meine Manieren. Wenn du wirklich Manieren hättest, würdest du dich um deinen Gast kümmern. Ach, den Landstreicher. Den hätte ich fast vergessen. Sag ihm, dass er, wenn er schon betteln muss, sein Glück lieber beim Widerstand probieren sollte. Das Lager ist ja nur die Treppe runter und dann einmal quer über den Platz. Dort wissen sie wenigstens, wie man Ordnung hält.